Ich für die Konzentrationslager, für die Vernichtung jüdisch Menschenlebens, für Einsatzgruppen und anderes mehr. Dies alles entspricht weder dem Beweisergebnis noch der Wahrheit. Die Anleger sind, so wie die Angeklagten, den Gefahren eines summarischen Verfahrens unterlegen, Grenzen gezogen. Ich weiß nur, dass ich meine ganze Kraft, mein Volk in einem Glauben an Adolf Hitler zur Verfügung stellte. Ich konnte als deutscher Soldat nur in den Dienst der Abwehr jeder zerstörten Kräfte mich stellen, die Deutschland einst schon nahe an den Abgrund gebracht hatten. Heute, nach dem Zusammenbruch des Reiches, weiterhin die Welt bedrohen. Wenn ich in meinem Wirken irrig Befehle, die alle, sobald sie hier als Kardinalbefehle anklagt gewesen sind, vor mein Leben, so liegen sie in einem mitreißenden, mächtigeren Schicksal beschlossen. Ich bin hier anklagt. Ich bin hier anklagt. Ich bin hier anklagt. Ich bin hier anklagt. Vielen Dank.